No, 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 no. Kommt auf die Trigger an, aber eigentlich an sich, stabiles Matchup, Fellow. Oder nicht, Burak? Acht neue Trigger. Und der Law, der hat ja gar nicht gemalligend, ne, der Law? Ja, aber mit Chopper anzufangen ist mittelmäßig. Ich hätte da dann zum Beispiel zuerst gelegt, wenn ich noch einen Chopper bekommen hätte, dann wüsste ich nicht, dass ich noch eine tote Handkarte habe, weißt du? Ja, stimmt, stimmt. Genau, die Reihenfolge. Aber auch in Nenami wäre halt besser gekommen vielleicht. Oh, gewiffed. Einfach gewiffed. Scheiße. Das war echt minus, Mann. Du bist der Chat, ne, für mich? Inwiefern meinst du das? Warum countert der den Fünfer-Swing? Ja. Du willst wohl auf Highlife bleiben. Ich glaube, der Lautspieler... Das möchte ich sagen. Ich würde einfach auf Nullleben sogar fast gehen. Ja, ne? Ja, auch jetzt hier der Chopper einfach so den Chopper weggekillt. Ich weiß nicht. Damit er vielleicht kein Shambles macht. Ja. Ich würde Streusen so fürs Ende lassen, weißt du? Um den finalen Blow zu machen. Hm. Deswegen mit Fünfer-Pulli. Kieran nimmt auch einfach die Hits. Der Law-Spieler hat drei Handkarten. Er hätte jetzt hier haben können. Das ist echt komisch, wirklich, was er macht. Ja, aber okay, das ist gut. Ich hoffe, der spielt da dann wieder aus. Ja, aber es fängt echt nicht gut an für Law. Gar nicht. Der könnte jetzt auch den Starter... Den würde ich jetzt nicht spielen. Ich hätte safe direkt da dann gespielt. Ja, safe. Wenn ich zwei Handkarten habe, möchte ich auf jeden Fall da dann spielen. Ja, vielleicht hat der ja nicht so viel Erfahrung gegen Katakorie, das kann auch sein. Ja, Fünfer-String-Afflid erst mal. Block von Law. Ganz normal Standards-Prozesse. Wenn man diesen Move macht, einfach Swing, ne? Into ein Law. Ja. Dann muss man... Mit sechs, ne? Ja. Ja, guck mal, hätte den Chopper nicht, hätte ich gesagt, mit acht. Aber der kann nicht mit sechs. Das ist das Problem. Der kann nur mit sieben. Wenn jetzt mehr Dons attached, dann ist der... Gebrochen. Oh, der bereitet einen Angriff mit Streusen vor. Das ist jetzt fünf. Ne, der muss sechs. Wenn der mit Streusen angriff, ne? Muss der sechs, sechs machen. Dann sechs, sechs. Also sieben, sechs. Ach, muss ja nicht, muss ja nicht. Ich würde einfach mit Leader jetzt hier angreifen. Auf Law. Auf Law. Und dann vielleicht noch was spielen. Ganz normal für sieben. Ganz normal für sieben. Ich würde gar nicht zu viel machen. Fünf ist auf jeden Fall nicht. Das hätte ich nicht gemacht. Das hätte ich auf keinen Fall gemacht. Er kann den Law gerade keine Handkarten geben. Außer er kann jetzt was für sechs spielen, ne? Dann ist er was anderes. Peres Perro? Genau. Ja, Peres Perro ist schon stabil. Das ist schon gut jetzt. Sehr gut. Aber, Bruder, hätte er jetzt eben seinen Board versucht zu clearn, ne? Mhm. Weil er sehr wahrscheinlich zwei tote Handkarten hat. Ohne Counter oder sowas. Sehr wahrscheinlich. Das hätte er auch machen genug. Äh. Dann hätte er einfach das Board gekriegt, dann wäre er eh vorbei gewesen. Dann wäre es, oh lass. Dann wäre er GG. Dann wäre er direkt GG. Wie? Jetzt hat er wieder vier Handkarten. Perro ist stabil. Mal gucken, ob er jetzt wieder wurscht. Was geht da dann? Nein, nein. Der trifft jetzt Nami safe. Muss. Aber der hat auch echt keinen Nami gehabt, ne? Ne. Wenn er jetzt wieder keinen Nami hat, dann siehst du. Aber welcher Nami ist das? Ist das die Searcher Nami? Ja, ja. Das ist ein Alter. Ja, okay. Aber ich hoffe, der hat ne Bonnie. Wenn er ne Bonnie hat, erstmal mit fünf. Genau. Auf Perro, Spero. Dann nochmal mit fünf auf Perro, Spero. Also wenn er Bonnie hat. Ja, der Nami hat keiner auf sieben auf Perro, Spero machen. Das ist so. Aber ist ja blöd. Der muss den Bonnie wegnehmen. Mhm. Aber langsam sieht das Board von Lor schon schöner aus, ne? Nee. Nee, nee. Gar nicht. Der hat zu wenig Handkarten. Im Vergleich zum Anfang ist das schon ein bisschen besser. Da ist die Bonnie. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Der hat jetzt sozusagen das Holy Trinity. Bonnie. Garde an Nami. Ja, eiskalt. Nichts. Ach, scheiße. Er hat wieder nichts bekommen. Er ist echt gewickt. Unlucky. Oh Mann. Da freut sich der Cutter-Spieler-Safe. Aber die Sleeves von Lor sind aber auch schön, ne? Wie ist das eigentlich? Ist das Robin oder wie ist das? Ich weiß nicht, dass die Cutter-Kurie wieder blicken. Guck mal. Oh, Cutter-Kurie. Ja, nix. Runde 10 Dons, ja, ne? Nee. Doch. Nee. Ich glaube nicht. Der hat ja gerade, also Gelb hat ja gerade sechs Dons gehabt. Sieben, der nix unter acht. Ja. Wenn er keinen Resend Law auf der Hand hat, der muss irgendwie die Bonnie wieder zurück auf die Hand nehmen. Ja, wir müssen einfach zwei Dons aktivieren, ne? Einfach Bonnie in Tsunami sonst. Warum nimmt er die Dons jetzt? Ich glaube, der hat den Sechser. Hat er den? Aber wenn er den hat, dann ist er stark. Ja. Nein. Der hat ihn nicht. Der hat X-Track ins Nichts gespielt. Okay. Ja, das ist halt ein 6K-Buddy auf dem Feld, ne? Kann man machen, aber ich hätte die Bonnie auf die Hand nehmen. Nee, der hätte einfach eine Bonnie in Tsunami einfach. Scheiß drauf. Ja, auf jeden Fall würde ich die Bonnie auf die Hand nehmen. Die ist jetzt unnötig. Die wird jetzt einfach sterben und wird kein Video mehr generieren. Nein, die stirbt sogar gegen Streusen. Guck mal. Ja, ja, genau. Das musste auf die Hand. Warum, Satan? Das macht ja gar keinen Sinn. Und Kontert noch, Dadan. Und jetzt Dadan abgeworfen. Ja. Jetzt hat er noch mal mehr auf den. Oh, der hat es einfach mit Brülee an. Das ist nicht stabil angelegt. Einfach mit Brülee. Ja, kann man mal. Ja, noch mal. Oh, der, ja, okay. Ja, das ist komplett vorbei. Das spielst du nicht. Law darf keine Handkarten verlieren, Mann. Genau, der muss jetzt mit eigentlichen Strafscheißen sein, Katakuru zu spielen. Oh, nee. Spielt ihr den? Jetzt ist der Law-Aufweg wahrscheinlich. Oder vielleicht ist er eigentlich. Oh, der macht den auf, Law. Und dann kennt er jetzt Zoho und Nami. Aber warum ist Law oben im Leben? Weil er den nächste Runde wegkrittet. Ah, okay. Nächste Runde krittet er den weg. Jetzt Papp auf ihn. Er muss Chopper opfern. Anders geht es nicht. Ja. Aber es ist vorbei. Der hat alle seine Handkarten abgeworfen. Ja, der hat nichts mehr. Der hat, der hätte einfach Bonny auf die Hand. Er hätte ein paar Hits kassieren können. Wäre ja kein Ding. Ja, wäre nichts passiert. Oder wenn ich mit Law spiele, wenn ich mit Law spiele in Katakuru, ich gehe ruhig auf Null. Wirklich auf Null. Ich lasse ihn gar nicht, sein Dings. Genau. Und du hast so viel gefühlt, sein Team Locker im Deck. Bitte? Ja, nee. Du musst ja Pressure machen. Der soll gar nicht dein Board clearen. Du hast ihm gar nicht die Chance, sein Board zu clearen. Und dann macht er mit dem Dings. Re-Stand-Low. Eigentlich sehr easy, Mensch. Jetzt hat er nur noch die Namen. Der Arme. Ich habe eigentlich der Chat so. Du bist auf einem Chat. Wie viele Viewer haben wir? Wir haben aktuell 101 Viewer. Es wird, Leute, 101. Wie die Dalmantiner. Da sind wir alles 101 Kelps. Ich bin der Dicke von denen. Es gibt ja auch so einen dicken Hund. Okay, der hat jetzt auch noch Zorro gefunden. Aber der ist komplett gebrochen gerade. Er muss gerade Board clearen. Aber das bringt auch nichts. Aber da kommt Big Mar. Bob. Der ist vorbei. Ich kann dir jetzt schon sagen, Law ist raus. Law hat verloren. Der hatte eigentlich alles, ne? Wirklich, der hatte alles. Der hat zwar Double Whiff gemacht, der Arme. Der hat Double Whiff gehabt. Aber es ist scheißegal. So viel. Einfach Bonnie zurück auf die Hand und nochmal searchen. Bam. Egal. Der hätte... Sein Board wäre noch da gewesen. Der hätte sogar Handkarten bekommen. Vista. Ja, Block habe ich. Genau, Bruder. Vista auf. Kann man warten. Ich spiele zum Beispiel auch kein Vista mehr. Voll aus. Vista ist vorbei. Vista ist durch. Was hat der jetzt auf der Hand? Hat der eine Handkarte? Ist das Broke oder hat er zwei? Ich glaube, eine Handkarte. Sieht so aus. Guck mal. Ja. Der kann aber jetzt schon ein bisschen Druck machen eigentlich. Also der könnte Druck machen. Wenn der wollen würde. Der hat keine Handkarte. Okay, alles klar. Tamam. Dann 7-7-7 einfach. Okay. Was macht er da? Acht. Acht. Mit Tulida. Warum nicht 7-7-7? Auf wen? Vielleicht will er hier Piros Piro angreifen. Mit acht. Okay, der will nicht Piros Piro angreifen. Mit zehn, glaube ich. Oder elf. Ja, okay. Aber das ist gut, dass er sein Board wenigstens... Wenn er dann nicht mehr angreift. Ja, wird Zorro nicht angreifen. Ja. Genau, das sind elf K auf Piros Piro wahrscheinlich. Aber der braucht jetzt vier K-Kombo. Boah, guck mal, wenn der jetzt zwei Two-Ks abwirft, ne? Und nix, wo eine Big Mom lädt, ist es vorbei. Dann kleert er den X-Drake. Okay. Okay, Piros Piros war tot. Fünf auf Lieder? Nicht angreifen. Okay, mit Lieder kann man machen, aber... Okay, auf Spreusen, warum? Der hat doch gar keinem was getan. Für den Fall, dass er wieder Boni liegt, denke ich mal. Ja. Ach, den Tudrake ist wahrscheinlich... Schwingen. Ja, er hat keine Handkarte, ne? Ja, genau. Oder nix wieder. Alles klar, jetzt fängt's an. Weg mal. Leben bekommen. Gegner verliebt Leben. Ich mach das... Und fünf auf Lieder. Ja, ist... Ist vorbei. Ja, ist auch vorbei. Okay, der könnte jetzt vielleicht den Katakuri clearn. Ja, ist vorbei. Nächstes Mal kommt noch eine Big Mom, hä? Warum nicht? Das ist halt das Ding. Ab jetzt ist halt Katakuri... Kann nichts mehr stoppen. Nein, der hätte es gar nicht so weit bringen dürfen. Äh, lassen dürfen. Genau. Ja, der Lor hat... Und der hat sich schon mal ein... ...gesprächend... Dieses Layout sieht krank aus wieder, Bruder. Der Jones hier, der im Stream ist, ist der, der die Layouts hat. Danke, mein Bruder. Ich geb immer mein Bestes. Also, diese Regionals, ne? Die Online-Regals, die werden wir auf Englisch kommentieren. Ja, so we can speak Englisch, dann. Okay, Bro. Das war ja am 14.10. Stimmt's? Ja. Der kann einfach kassieren. Ist scheißegal. Der nimmt einfach Leben. Was für zwei Handkarten kann er haben. Okay. Jetzt geht der mit ein bisschen mehr Pressure. Auf 10. Den muss er nehmen. 10 ist das. Oder? 10. Was war das? Auf Katakuri. Ach so. Ja, 10 auf Katakuri. Komm mal halten. Komm mal halten. Weil der hat jetzt alles Values weg. Alles. Der könnte jetzt mit 5, 8, 10 angreifen und nochmal Big Mom spielen, ne? Der spielt safe eine Big Mom aus jetzt. Oder Yamato. Keine Ahnung, was die noch alles spielen. Aber eigentlich, der muss gar nichts spielen. Der hat gar keinen Blocker. Ja, ne? Ich habe keine Ahnung, was der Ruffy macht. Aber der soll ja nicht machen. Ja, der hat jetzt in den Traffi gespielt. Zug bandit. Keine Handkarten. Ist vorbei. Jetzt kommt mal einfach. Vorbei einfach 5, 8, 10, fertig. Muss ja gar nichts machen. 5 auf Leader einfach. Ja, das war's. 5 auf Zorro. Was macht denn Kian auch da? Oder macht der jetzt Big Mom Crit? Ja. Einfach, weil er es kann. Ja, 8. 12 tot. Er hat die Karte auf die Hand genommen. Äh, warte, wieso nimmst du die auf die Hand? Ja. Ja. Er hätte auch nichts gemacht. Bis 8. Jetzt kommt Trigger. Achso, er hat nichts getriggert. Er hat nichts getriggert. Es gibt nichts, was er retten kann. Ist GG. 12. Er hat nichts gemacht. Einzige, was er machen kann, ist Deathwing. Dann geht er auf 11. Und dann tut er gekommen. Dann bitte eintragen direkt. Und ja. Habt ihr erstmal Pause bis zur nächsten Runde. Bitte einmal direkt eintragen. Und dann habt ihr eine Pause bis zur nächsten Runde. Ja. Alles klar. Das war's. Das war's Runde 2. Das Match war, ähm, ich würde sagen, Solalove. Einfach, um es mal nett zu beschreiben. Ich würde keinen fertig machen. Oder der Lost-Spieler hätte ganz anders spielen müssen. Ja, da fehlt, glaube ich, noch die Erfahrung. Vielleicht ist das ja ein recht neuer Spieler. Ja. Relativ neu. Auch deshalb keine Play mit. Kannst du dich gerne bei mir melden. Ich gebe dir ein paar Tipps. Hier ein guter Junge. Ich gebe dir ein guter Junge. Ich gebe dir ein guter Junge.